Was geht ab, Freunde? Der neue Agent Weiß ist draußen und wir haben die letzten Tage schon ordentlich damit rasiert, aber seht selbst. Vergesst wie immer nicht, das Video zu liken, zu kommentieren und den Kanal zu abonnieren und nichts mehr zu verpassen, Freunde. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Kaufen wir uns direkt den neuen Agent, Chat. Eigentlich müssen wir, ne? Was kauft man denn? Man kauft wahrscheinlich die Wall auch, oder? In der ersten Runde als Attacker. Kriege ich eine Nachricht, wenn hier die Wall getriggert wird, Chat? I have timing now, bitch. Try to make noise. Oh, Gänsehaut. Now push, push, push. Naja, klar, Digger. Der 70er Pink Cypher wieder, ne? Im Drive-By, Alter. Oh. Oh, jetzt warte ich auf die Rayna. Gänsehaut. Nein. Will doch save die Waffe, oder? Rayna will nicht die Waffe? Okay. Ey, Chat, ich bin grad voll im Fokus, ich schwör's euch. Neuer Agent, ich muss mich übelst fokussieren, es tut mir leid. Wie ist der neue Agent? Ich glaub, cool. Ich glaub, cool. Ich glaub, es macht Loki Bock. Ich glaub, Realtalk für ein Sentinel macht das richtig Laune. Weil du einfach, du hast sehr viel Afterplant-Util und so. Mann, ich muss die ganze Zeit auf die Minimap schauen, was meine Mates machen. Okay, die Flash könnte poppen, actually. Ich glaub, die Flash hat Potenzial. Macht ne Raynaid meine Thorns kaputt, Chat? Pass auf, jetzt die Flash, Chat. Drei, zwei, eins. Ist okay, Chat, ist okay. Die Flash war okay-isch. Hat halt einen blinded. Ist okay. Mir wird angezeigt, dass wir nur sechs Viewer sind. Oha, einfach fell off. Einfach fell off. Wir müssen halt viel näher heran, dass ich ulten kann. Ich hab jetzt nicht gerade in der Eko von denen geultet, oder? Ist das krank? Ich hab in der Eko von denen geultet, Digga, weil mein Mate dumm ist. Ich lass mich IGLen von jemandem, der nicht mal Economied versteht. Ich hätte drauf achten müssen. Auch mein Fehler. Auch mein Fehler. Auch mein Fehler. Ah, 255 bei Twitch, okay. Ich wusste nicht, dass wir diese Art von Streamer sind, Chat. Nicht mal durch die Stunde live 250 Zuschauer. Stinkt wieder, ne? Was macht die Ult? Die Gegner, die in der Ult stehen, haben keine Primary Weapon mehr in der Hand. Beziehungsweise haben die schon in der Hand, aber können die nicht benutzen. Können nur Secondaries benutzen. Ist hier was Toxikes? Wenn ich die Wall mache, einer rennt durch und sobald die durchrennen, flash ich und gehe raus. Das Ding ist, guck mal, wenn die Wall hochgeht, keiner checkt's, weißt du? Und dann flash ich und dann ist der noch so mit der Wall beschäftigt und dann bam. Ich darf mich halt nicht zeigen, ne? C-Steps. Ich stehe auf der falschen Seite, die Viper Wall wird mich ficken. Scheiße. Das hätte so gut funktioniert, wäre die Viper Wall nicht gewesen. Wäre die Viper Wall nicht gewesen, hätte das so gut funktioniert, Digga. Ich habe drei Enemies geblindet, es hätte so geil funktioniert. Oh mein Gott. Mid-Steps. Two mid. All mid. One bottom, mid, under window. Two pushing you, Sova. One more, one more. Under window. Bruder, Jungs, habt doch mal bitte nicht so Angst. She only has a Sheriff. She can only one type one of you guys. Yo, you are baiting so hard. What the fuck are you doing, guys? I don't get it. I get seine Phantom saving. Ey, Mann, Digga. Ich meine, ich habe immer solche schlechten Mates. Das ist echt verrückt, Alter. Map changes erst Ende der Season, wahrscheinlich irgendwann im Oktober. It's crazy, you win the round, Sova. I swear. Ja, nur A, ne? Ich habe ein geiles Setup für C, Chat. Ich habe ein richtig geiles Setup für C, holy shit. Ah, keine Ahnung, Digga. Guys, you need to bind left click, by the way. Ooh, toxic. Aber Digga, ich verstehe es nicht. Wir sind zu fünft auf Side. Ich mache zwei Kills. Meine Mates machen keinen Kill. Erklär mal bitte. Let's see, let's see. Scheiß Tag. Okay, wir brauchen jetzt eine andere Flash-Pose. Wir müssen die Flash immer anders hinstellen, Chat. Ich habe mich selber geflasht. Passt aber. Ich war nicht ready für die Flash, obwohl ich selber geflasht habe. Macht keinen Sinn eigentlich, aber ist okay. Flash? Flash, Flash Chat, abschauen. Also, in real talk, ich glaube, die werden nie wieder C gehen, aber... Mein Setup auf C ist crazy. In South Cipher. Play retake, I have my ult. Play retake, please. Play retake. You're stupid. Bring me the Arsenal! What's this? Dong. Nice, good run, guys. Wir können eigentlich auch mal einen anderen Side gehen, to be fair. Aber auf C funktioniert es halt. Push ich sie her. Ich bin so hässlich. Gens out. Ich habe mich selber geflasht. Ah, wir haben die die Wall getriggert. Chat, erklärt mal bitte einer. Wir haben die die Wall getriggert, ohne dass einer auf dem Side war. Oh mein Gott, der geht Mitte, Digga. Er geht wirklich zu B. Ich dachte, die gehen C halt. Jigglepeak? Ja, aber als ob. Okay, verrückt. Na gut, nimmt mal einen Mid-Chat. Let me play A1-Round. Wir machen es mal anders hier. Wir machen mal einen anderen Side. Ich weiß zwar nicht, wie ich hier das Setup machen will. Müssen wir aber wieder improvisieren, aber unsere improvisierten Setups sind ja eigentlich in Ordnung. Don't fight, Glove. Come back. Come back, Glove. Don't fight. Don't fight, bro. You have five kills, bro. Oh mein Gott, Digga. Damit die Ultra-Anker leider im Team. Sonst wäre das hier echt ein gutes Game. Das ist 100% an der Wunde, oder? Oh mein Gott, Digga. Bitteres GG dafür, dass wir die erste Runde mit dem Agent gespielt haben. haben wir super geil gespielt. Holy shit. Wir haben 26-16 haben wir gemacht, ja. Wenn Droll-Leaks nicht komplett ohne Hände spielen würde. Oder wir haben zwei Leute mit sieben Kills gehabt, Digga. Das ist eigentlich krank, ne? Ey, wir haben echt gut gespielt. Fürs erste Game mit Vice-Chat. Meine C-Setups sind absolut insane. Digga, 340 ACS. Crazy. Holy shit. Ich werde neuer Vice-Main. Erste Runde weiß. 340 ACS. Okay. Maybe Lurkin. Nice. Er muss A gewesen sein. Yes to be A. Das gibt Diggi. Wie geht's dir? Ich weiß nicht. Oh, scheiße. Das Schere heben. Aber ich kann eigentlich auch gut Set-A-Bound. Wenn wir da drauf. Mach ich so. Mach ich so. Mach ich noch hier so. Das ist cool. Die wollen mich verarschen. Ich schwör auf alles. Die wollen mich. Die sind so im Stream, Digga. Es ist so krass. Ich bin B. Die gehen A. Ich geh... Oh mein Gott. Was ist close mit dir sein? Jet ist close. Sight. Sight. Weiterflash. Upside. Not that. Not that. Smoke. Smoke on your fist. Nice. Andy. Let's go! Ja, für Retake ist die Geisteskrank, die Olds. Aber dann müssen deine Mates auch am Leben bleiben. Ich schwör auf, das ist aber auch krass. Also ich schwör auf, meine Lobbys sind wirklich gehirntechnisch Iron in letzter Zeit. Ich sag, lasst Retake mit Olds spielen. Vier meiner Mates sterben einfach, bevor ich da bin. Hast du seinen kleinen Pimmel gesehen hier? Sagt ungefähr aus wie meiner. Sagt ungefähr aus wie meiner. War groß, okay, 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 okay. He's close with me. One Vents. One Vents, one Main for me. Oh mein Gott, ich bin erschrocken, Dekker. One Tap, one Tap. Warum shiftet Bro wie so ein NPC an mir vorbei? Ich wollte den erst mal flashen, auf einmal hab ich gedacht, okay, macht keinen Sinn, weil der hinter in der Box sitzt. Auf einmal shiftet der da rum, ich war nicht ready. War ein One Tap? Im Prinzip war es eine Kugel in den Kopf, dass die anderen 20 davor drum herum gegangen sind. Ist halt, ne? Irrelevant. Irrelevant, Bro. Wer fragt da schon nach? Mach du jetzt das Nächstes und dann picke ich auf. Die gehen gar nicht weg. Gänsehaut, Dekker. Ich weiß, es gibt zwei, Bro. Holy shit, ich bin doch nicht dumm. Wow, wow, wow. Flawless. Flawless. GG, guys, have a nice day, I love you so much, give me a kiss. Plus 27, das Game liefst so gut. 27? Ja. Wie viel hast du bekommen? 23. Ja, ich hab plus 27 bekommen, Bro, ich weiß auch nicht.